Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc, dem Zitronenarzt. So, vorab, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann ein Abo dalassen und ein Däumchen, das freut mich natürlich immer. Ja Leute, ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich mir das VR Cover Nackenpolster gekauft habe und ich habe das getestet in den letzten, ja gut drei Wochen und ich glaube, da könnte ich auch schon mal eine kleine Referenz so abgeben. So, jetzt zeige ich euch aber erstmal schnell, um was es hier genau geht. Wir gehen mal auf die Webseite von VR Cover. Hier seht ihr das schöne Teil, kostet hier 19 Dollar. Ihr müsst im Internet mal gucken bei Amazon, da gibt es verschiedene Preise und es gibt auch verschiedene Versionen davon. Und zwar gibt es das einmal in der 10mm Version und einmal in der 17mm Version. Was das zu bedeuten hat, das zeige ich euch gleich. So, gehen wir mal wieder zurück ins Studio. Jetzt ist das Ganze ja ein bisschen weit weg von euch, darum habe ich mir hier nochmal eine Kamera zugelegt, damit wir das Ganze ein bisschen aus der Nähe betrachten können. So sieht das Ganze aus. Ja, das Ganze wird hier angeliefert, relativ unspektakulär in so einer Tasche. Die Anleitung, die klebt direkt hinten drauf. Die brauchen wir jetzt aber nicht, weil ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze an der Oculus Quest montiert. So, ich wollte euch ja noch ein bisschen was zu der Polsterdicke sagen. Es gibt es eben in 10mm und in 17mm. Und für eine erwachsene Person, 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 für eine erwachsene Person sollte eigentlich die 10mm Variante ausreichen. Die 17mm Version ist speziell für Kinder gedacht. Das heißt, wenn ihr die hier drin habt, dann wird der Raum hier für den Kopf kleiner und dann ist es auch möglich, für Leute mit Kleinköpfen die Quest bequem aufzusetzen. Ich habe selber Kinder, habe mir aber das dickere Polster bestellt, weil ich es auch einfach gerne sehr flauschig mag. Also es ist halt wirklich schon sehr, sehr bequem, das Ganze. Gut, das wird mit vier Klettverschlüssen befestigt am Original-Headstrap von der Quest. Von der Innenseite könnt ihr das einfach randrücken. Ich fange jetzt mal mit dem unteren Klettverschluss an. So, den habe ich jetzt einmal rundherum gewickelt. Dann seht ihr hier immer diese Flügelchen, die passen einfach immer schön genau an die Stelle, wo auch das Original-Strap ist. Ein bisschen rüberschieben noch das Ganze. So. Dann den oberen noch. Und hier haben wir auch noch den letzten. Und dann ist das Ganze eigentlich auch sehr gut fixiert. Und von der Innenseite sieht das so aus. Das ist kein Leder, das ist ein Kunstleder, das ist ein PU, Polyurethan oder so. Das kann man auch desinfizieren für die Hygiene. Sollte alles kein Problem sein. So, jetzt habe ich das Ganze für euch mal in kurzen Videos zusammengefasst, wie denn das Ganze aussieht. Als erstes mal, wie die Quest mit dem Original-Headstrap anzuziehen ist. Das kennt ihr alle. Einfach über den Kopf, zack, an den Seiten natürlich noch festziehen oder oben festziehen. Und dann sitzt das Ganze. Jetzt rutscht bei mir aber dieser Strap ab und zu ein Stückchen nach oben. Und das sorgt dafür, dass die Quest mir auf den Wangenknochen aufliegt. Und das mag ich überhaupt nicht, diese Gewichtsverteilung. Und wenn man das mit dem VR-Cover benutzt, dann ist es besser. Es ist wirklich besser, aber es ist nicht komplett weg. Das ist nicht so, dass die Quest jetzt auf einmal zum superbequemsten Headset wird. Aber da ich auch hinten keine Druckstellen mehr habe und das Ganze einfach viel satter hält, kann ich auch viel länger spielen, ohne dass der Druck zu stark auf den Wangenknochen sich auswirkt. So, jetzt könnte man ja meinen, das Ganze hält nicht so gut. Oder bei starker Bewegung könnte das vielleicht noch dazu etwas verursachen, dass da was rutscht oder so. Ich habe das Ganze mal ohne dieses Polster getestet und habe mich mal ein bisschen heftiger für euch bewegt und selber mal geguckt. Und da habe ich gemerkt, vor allem dieses nach rechts und links, diese Bewegung, die habe ich dann auch vorne sehr stark gemerkt. Da hat die Brille nach rechts und nach links geschlackert sozusagen. Und dann habe ich das Ganze nochmal mit meinem Polster ausprobiert. Und Leute, dieses Mal hielt das bombenfest. Da hat nichts nach rechts und nach links geschlackert. Das hat funktioniert. Ja, ich spiele selber sehr gerne mit diesem Polster, muss ich sagen. Das passt auch alles noch wunderbar in das Original Case, wenn ihr das haben solltet. Da könnt ihr das auch wieder drin aufräumen. Das stört nicht. Das macht einfach die Quest einfach nochmal ein Stückchen bequemer. Und ich kann es eigentlich empfehlen. Jetzt hat ja nicht jeder die gleiche Kopfform wie ich. Müsst ihr selber testen. Aber ich finde vor allem mit diesen 17 mm Polsterung. Also wenn ihr hier nicht eh schon an der Grenze seid, hier mit dem Klettverschluss. Ihr müsst natürlich aufpassen. Ich nehme euch nochmal ein bisschen hier näher ran. Und wenn ihr hier schon an der Seite beim Klettverschluss auf der größten Stufe seid, dann solltet ihr nicht noch ein Polster dazwischen nehmen. Weil dann wird ja der Raum für den Kopf noch kleiner. Aber wenn ihr dann noch Spielraum habt, dann könnt ihr euch locker dieses Polster zulegen und schön bequem spielen. Aber erwartet jetzt keine Wunder von dem Ganzen, weil es ist immer noch meine Meinung, das ist nicht das bequemste Headset, welches ich hier habe. So, ich hoffe, dass euch das gefallen hat, dieser kleine Einblick zu diesem Nackenpolster. Ich verbleibe wie immer mit Spielt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.